Also bevor es los geht. So anschnallen, das wird eine Achterbahn. Also es reicht von CMAX die Antwort auf Ellie oder auch auf mein Video oder was weiß ich. Ja wahrscheinlich mehr auf Ellie kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht. Es geht, die ganze Sache ist mal wieder eskaliert und deswegen muss ich ein paar Dinge klarstellen. Zuerst muss ich sagen, ich will mit dem Video keinen Hass verbreiten und ich muss einfach eine Person, die mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hatte, in Schutz nehmen. Und zwar meine Freundin Selina. Ich habe sie dazu überredet, Clickbait-Content, hinter dem sie nicht steht, mit mir zu machen. Sie dazu überredet, dass sie sich für Firmtnails auszieht, dass die Videos mehr Klicks und Geld generieren. Ich muss jetzt hier einfach meinen Mann stehen. Ich habe davor schon als Mann versagt, weil ich muss als Mann meine Frau eigentlich immer beschützen. Und deswegen hört auf bitte ihr diese ganze... Ich kann das nicht wirklich. Ich kann ihm das... Sorry. Ich weiß, mir wurde es auch schon jetzt mehrfach erzählt, auch von den beiden persönlich. Aber ich kann C-Max leider, ja, leider nichts mehr abkaufen. Wirklich, ich kann es ihm nicht mehr... Ich kann nichts mehr abkaufen. Ich konnte ihm schon bei seinem letzten Realtalk nichts mehr abkaufen, bei seinem vorletzten und die anderen 20 Entschuldigungen, die er davor gebracht hat und wo er gesagt hat, er bessert sich, kann ich ihm auch nicht abkaufen. Weil er hat sich nie gebessert, er hat immer einen Scheiß drauf gegeben und dann stellt er sich immer vor die Kamera, fängt an zu heulen und macht irgend so ein... Oh, ich bin das Opfer-Video. Ja, es tut mir wirklich leid, aber den Käse hat er sich selber eingebrockt und er wird auch nochmal den gleichen Käse bauen. Oder ich weiß auch gar nicht, wie das dann ausschaut nächstes Jahr, aber wenn es dann wieder Richtung Oktober geht, sehen wir vielleicht wieder ähnliche Videos. ...hassen Hassnachrichten zu schreiben und auch wenn ihr Videos macht, dann bitte redet nur über mich, redet sie nicht schlecht, weil sie würde sowas niemals freiwillig machen, sie hat alles... Sie würde sowas niemals freiwillig machen. Alter, ist das unter Zwang entstanden? Hat C-Max sie gezwungen, sich nackt ins Thumbnail zu stellen? So nackt und Brüste zu halten? Alter, das ist ja ein wildes Eingeständnis hier, ja. Nur mir zuliebe gemacht. Sie ist der liebste und anständigste Mensch und ich mache dieses Video auch freiwillig. Sie ist gerade nicht da, sie ist mit einer Freundin Kaffee trinken und sie hat mich auch gar nicht dazu überredet, dieses Video zu machen. Ich habe einfach nur gemerkt, wie nah ihr das Thema geht, als sie gesehen hat, dass die Menschen ihr privat schlechte Sachen schreiben. Und ich muss jetzt einfach hier den Schlussschicht ziehen. Also wenn ihr irgendwelche hassverbreiteten Nachrichten schreiben wollt, dann tut die Bitte nur an mich wenden, aber tut diesen unschuldigen Menschen nicht mit reinziehen. Also erstmal an der Stelle ja. C-Max ist der Hauptverantwortliche für den ganzen Kack. Man muss aber auch bedenken, dass gestern ein Video online kam. Und ich habe mir nur eine Minute davon angeschaut. Und da wurde es sehr, sehr eklig und da wurde Elli aufs Äußere die ganze Zeit beleidigt, aber auch die Freundin hat nicht viel Positives dazu gesagt, sondern hat sich auch darüber lustig gemacht. Also sie hat sich da eigentlich genauso mit zum Täter gemacht, genauso wie es C-Max gemacht hat, wenn man das jetzt mal so, ne, ihr wisst schon auf welche Form ich da hinaus möchte. Also die haben sich da beide nicht mit Ruhm bekleckert und müssen damit die Konsequenzen leben. Wer sie sich nur von mir verleiten lassen hat und wie schon erwähnt, alles nur mir zuliebe gemacht hat. Ich bin euch ehrlich, ich bin psychisch am Ende. Ich habe das nie so nach außen getragen. Aber das Einzige, was ich verdammt nochmal will, ist es ein glückliches Leben zu führen. Und irgendwie, ich weiß nicht was mit mir als Mensch ist, dass ich sobald etwas Gutes in meinem Leben ist, dass ich das immer abstoße. Ich habe einfach kein Gewissen und bin in der Hinsicht ein schlechter Mensch. Ich versuche wirklich so krass an mir zu arbeiten, aber dann baue ich immer wieder Scheiße. Und ich hatte davor nie einen Grund oder irgendetwas, woran ich festhalte. So meine Familie. Ja, warte, warte, ganz kurz. Warte, das ist, das ist, ey, wirklich. Wenn jemand psychisch am Ende ist oder so, kann ich nur gute Besserung wünschen, ne. Aber das ist das erstmal als erster Punkt, den ich anbringen möchte, ne. Weil psychische Sachen immer extrem scheiße. Das sage ich euch ganz ehrlich, es gibt viele Probleme. Und die sind auch nicht klein. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass seine Freundin es nicht wollte, in den Thumbnails zu sein. Und sich so zu sexualisieren für den Content. Und das auch Simax so mitgeteilt hat. Und Simax scheißt halt drauf und begeht bewusst die Fehler, obwohl er weiß, dass sie das wahrscheinlich gar nicht will. Sehr wilde Angelegenheit. Sehr, sehr wilde Angelegenheit. Also, wenn du ihm schon Kritik übst oder wenn du schon Kritik äußerst und sagst, hier, man will das nicht und dies und das. Und er macht es halt trotzdem, dann braucht er sich jetzt hier nicht hinstellen und dann rumheulen. Er hat ja die Situation oder den Fehler bewusst herbeigeführt. Der wollte das ja. Der wollte, dass es wieder irgendwie groß wird und dass man negativ über ihn spricht. Ich glaube, er möchte es wirklich. Ich habe so das Gefühl, er möchte es unbedingt. Er ist komplett kaputt. Ich hatte noch nie wirklich das Gefühl, dass ich richtig geliebt werde. Ich hatte nie eine Bezugsperson. Ich habe, seitdem ich ein kleiner Junge bin, so alles immer selbst mit mir regeln müssen. Alles immer selbst in mich reingefressen. Aber ich will jetzt nicht wieder meine komplette Lebensgeschichte erzählen. Und dann hatte ich diesen einen Menschen jetzt, beziehungsweise habe ich diesen einen Menschen in meinem Leben, wo ich wirklich merke, der liebt mich aus tiefster Seele und dann tue ich ihm sowas Schlechtes mit YouTube an. So und die meisten haben jetzt wahrscheinlich von euch erwartet, dass ich irgendwie über meine Ex-Freundin oder ihre Mutter rede. Aber glaubt mir, Gott ist groß. Der wird diese Menschen alle noch recht leiten und denen ihre gerechte Strafe geben. Weil ich kann mit reinen Herzens sagen, dass ich niemandem etwas Schlechtes wollte, dass ich immer nur... Das ist wirklich... Also jetzt hat er ein Vogel abgesossen. Der hat ein paar Videos davor über Elli gesprochen und eine seiner ersten Sätze war, dass sie eine Schamuta ist, also eine Schlampe. Ich wollte nie was Böses. Anni, haut hier fünf Subs raus. Vielen, vielen lieben Dank, Anni. Wirklich, vielen Dank. Es gibt uns allen sehr, sehr viel Kraft. Warte. Seemex, Seemex, nochmal ganz kurz zum Verständnis. Du hast ein Video gemacht, wo du nur über Elli abgerantet bist, irgendwelche Sachen erzählt hast, die so nicht gestimmt haben, hast sie beleidigt die ganze Zeit, dargestellt als wäre sie eine Schlampe. Ich habe sehr, sehr starke Schlampe. Du machst vor einem Tag ein Video, wo du sie aufs Äußere die ganze Zeit beleidigt, wie hässlich sie doch ist und dass sie Pickel hat im Gesicht und dass sie das körperliche Merkmal nicht so hat im Gegensatz zu deiner neuen Freundin. Also, ich bitte dich, ja. Wenn du niemandem was Schlechtes wolltest, warum machst du dann solche Videos? Das ergibt keinen Sinn. Weil das war auch nicht konstruktiv oder hat irgendwie einen Sinn gehabt. Das war einfach nur reines Bashing und Haten gegen die Ex-Freundin. Er ist emotional und hat Temperament. Du hast komplett recht, Alexis. Das ist es. Hassler Hamburg. Dankeschön für den Sub an Sir Le Aussie. Also, wenn dein Herz sagt, dass die Pickel von Ellie echt scheiße sind und ekelhaft und dass Ellie eine hässliche Person ist, und was weiß ich, und im Gegensatz die Freundin viel geiler aussieht, dann hast du echt ein komisches Herz, muss ich dir ehrlich sagen. Also, dann würde ich mir eher über, ich weiß nicht, ob man es operieren kann, aber über irgendeine Herz-OP würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, wenn das dein Herz sagt. Was diese Menschen wieder jetzt versuchen, öffentlich mit mir zu machen, es ist einfach nur falsch. Es ist falsch, auf jemanden drauf zu treten, der sich dann auch noch privat, ich habe privat mit meiner Ex den Kontakt gesucht, mit ihr telefoniert. Ich habe mich aufrichtig bei ihr entschuldigt, ihr gesagt, hey, das muss gar nicht sein. Dann meinte sie auch, du bist schuld an allem. Nein, sie hat die Schuld nur bei mir gesucht. Dann habe ich gesagt, ey, komm, wir setzen uns dahin, wir machen öffentlich zusammen ein Video, ich nehme die ganze Schuld auf mich. Und sie denkt jetzt, sie sitzt am längeren Hebel, weil sie ein Video online hat, wo sie jetzt Recht bekommt von irgendwelchen anderen YouTubern oder Sonstiges. Aber ich weiß, was alles im Hintergrund passiert ist und ich werde das nicht öffentlich machen. Und ich entschuldige mich jetzt auch hier bei der Mutter von ihr, dass ich die Dinge öffentlich gemacht habe, die sie privat macht. Ich schwere, ich respektiere den Hassel. Ich würde sowas auch für meine eigenen Kinder tun. Und es tut mir wirklich zutiefst leid, weil diese Frau will eigentlich auch nur ihre Kinder ernähren. Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben und man tut einfach alles dafür. Und bitte tut mir auch den... Deswegen hat er sich erstmal, Chris, für 14.000 Euro geholt. ...gefallen, macht nicht die Geschwister von ihr fertig. Macht gar, verbreitet bitte gar keinen Hass mehr. Ich bin gerne der Sündenbock, ich bin gerne der schlechte Mensch, weil ich mein Leben eh schon reingeschissen habe. Aber bitte tut nicht Menschen, die was mit mir zu tun hatten, dafür fertig machen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal ohne Witz. Also C-Mix, ich bitte dich. Ey, diese Nummer zieht paar Mal, ja. Diese Nummer zieht paar Mal, aber irgendwann ist der Zug abgefahren, das sage ich dir ganz ehrlich. Ey, wie oft willst du dich noch vor die Kamera stellen, zu sagen, ich bin das Opfer und es tut mir so leid und es liegt an mir. Ich bin wirklich, ich nehme die ganze Schuld auf mich. So, weißt du, ich bin jemand, ich habe das jetzt verstanden und versuche mich da jetzt auch wirklich zu bessern. Und ich mache das auch nicht mehr. Aber du hast das so oft gemacht, man kann es dir halt auch nicht mehr glauben. Wirklich, man kann es dir nicht mehr glauben. Selbst wenn du mir das privat, privat wird mir auch gesagt, es tut mir leid, du hast Rechten in den Punkten, die du angesprochen hast und was weiß ich. Hier kannst du das offline nehmen, dies, das. Aber ich möchte jetzt öffentlich an der Stelle sagen, du hast die Scheiße verbrockt. Deine Freundin wusste davon Bescheid. Ihr seid alt genug, um zu wissen, was das für Konsequenzen hat. Die ganze Zeit, egal bei welcher Kritik, wird immer drauf geschissen und die gleiche Scheiße wird nochmal neu verzapft. Und dann, wenn ich ein Video dazu mache und das mal aufdecke, wie unfassbar ekelhaft das ist, auch wie mit Ellie da umgegangen wird, die mit der ganzen Thematik nicht viel zu tun hat, dann kommt direkt eine Nachricht. Ja, nimm bitte das Video offline oder editier das Video bitte so, dass man die Freundin nicht mehr sieht oder was weiß ich. Ihr seid daran schuld, ja. Und ich habe nur, also ich habe wirklich, ich bin ein sehr geduldiger Mensch oder ich bin auch ein sehr netter Mensch, was das angeht mit, ja, der Stuff war zu hart, ich nehme irgendwas raus. Ich habe schon ein paar Mal was rausgenommen. Ich habe schon ein paar Videos rausgenommen, wo Leute gesagt haben, ey, hier kannst du mal offline nehmen, ist mir unangenehm. Aber irgendwann reicht es dann auch mal. Irgendwann reicht es auch mal, weil du wirst die ganze Zeit angelogen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann mich nicht so oft anlügen lassen und dann irgendwelche Sachen dort noch weglöschen von meinem Video, welches völlig berechtigt ist, weil das einfach zu weit ging. Und da weißt du es ja selber, dass es viel zu weit ging. Auch wenn diese Menschen ihre Leichnen im Keller haben. So, aber erst recht nicht Selina. Selina kann für die ganze Sache nichts. Ich will twitten, aber schon. Sie wollte von Anfang an eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit sein. Von mir aus. Also sie wollte von Anfang an nicht in der Öffentlichkeit sein. Dann ist das ein starkes Stück, die letzten 20 Videos oder so in der Öffentlichkeit gewesen zu sein. Finde ich stark. Dass man sie damit reinzieht, obwohl sie den Wunsch äußert, dort nicht mit dabei zu sein. Dass man sie für Klicks ausnutzt. Weil du benutzt sie ja dann sozusagen als Objekt für ein Video, um Geld zu machen. Damit du Geld bekommst, das ist wirklich, das muss ich sagen, da ist die Beziehung, das ist wirklich ein Eins plus mit Sternchen, wenn man in der Beziehung so umgeht, dass man sagt, ey, ich brauche dich, damit ich noch Klicks ziehen kann für meinen Kanal. Da würde ich mir eher Gedanken machen und vielleicht mal an der Beziehung arbeiten, weil das wäre irgendwo vielleicht sinnvoller. Sollen die beiden weiterhin Hass verbreiten und irgendwelche Sachen von mir leaken, aber es geht einfach zu weit. Sie hat Screenshots veröffentlicht, wo ich mit meiner Mutter Stress hatte. Meine Mutter über meinen Stiefvater geschrieben hat, der ein Drogenproblem hat. Und das ist ein sensibles Thema. Wisst ihr, wie ich mit meinen 14 Jahren darunter gelitten habe, weil ich keinen richtigen Vater habe, seitdem ich schon ein kleiner Junge bin. Ich habe keinen Kontakt zu ihm und dann noch auf einmal mein Stiefvater sich als drogenabhängiger Dealer entpuppt. Wisst ihr, was da bei mir zu Hause mit 14 Jahren los war? Aber ich glaube, ich habe irgendwelche psychischen Schäden davon halt auch mitgenommen, weshalb ich so bin, wie ich bin. Aber das wissen die meisten nicht. Und vielleicht sollte ich mir dahingehend auch psychische Hilfe holen. Ja, definitiv. Ja, also das tut mir natürlich leid, aber ja, definitiv. Ey, wenn dich das seelisch fertig macht und du weißt, du hast da ein Problem, dann wäre es doch vielleicht schlau, Hilfe zu holen, oder? Weil ich glaube nicht, dass ich das alles schon so richtig verarbeitet habe, aber dass sie so etwas ausnutzt. Wie kann man denn so ein schlechter Mensch... Warte ganz kurz, ich verstehe gerade die Situation nicht ganz. C-Max fängt an, Videos zu machen, wo er Ellie ins Thumbnail packt mit den OnlyFans-Bildern. C-Max macht dann noch ein Video, wo er über Ellie komplett weg-rantet, also wirklich Ellie fertig machen möchte. C-Max sieht mein Video und schreibt noch darunter, na, hast du mit Ellie aufgenommen oder so, hast du Zugang zu ihrem OnlyFans bekommen oder was, damit sie die Aufnahme machen konnte. C-Max macht noch ein Video, wo er Ellie komplett wegbeleidigt und jetzt sagt C-Max das. Sorry, die Chronologie ist völlig bescheuert und völlig dämlich, deswegen kann ich es absolut nicht nachvollziehen und ich kann ihm das hier nicht abkaufen. Auch wenn er, selbstverständlich, wenn er Probleme in der Vergangenheit hatte, das tut mir leid, dafür kann er ja nichts, ne, das ist sehr traurig, wenn der Vater Drogendealer ist und im Gefängnis war oder irgendwelche Probleme hat, ich weiß es ja nicht, was da passiert ist. Aber du kannst das jetzt nicht in diesem Zusammenhang als Ausrede nutzen, weil dein Vater hat gerade nichts damit zu tun, dass du die Scheiße vor ein paar Tagen die ganze Zeit abgezogen hast. Da hat dein Vater keinen Einfluss drauf gehabt. Und so etwas dann einblenden und dann werde ich auch noch so emotional und expose, was ihre Mom gemacht hat. Ich will es jetzt nicht offline nochmal erwähnen, ich habe das Video deswegen auch offline genommen, weil ich einfach übertrieben habe. So, und das einfach nicht geht. So, ihre Mom natürlich hat die ganze Zeit auf TikTok meine Freundin schlecht geredet, mich grundlos beleidigt. Ich habe nichts gemacht, meine Freundin hat nichts gemacht. Ja, hört doch auf, natürlich habt ihr das gemacht. Ey, du, Junge, du warst getrennt mit Elli. Sagst, du möchtest auch nichts mehr mit ihr zu tun haben oder so oder du willst nicht mehr, dass Leute über sie irgendwas sagen und was weiß ich. Ihr seid im Guten auseinandergegangen, dies, das. Das habt ihr damals gesagt. Kurz darauf, vier Tage danach oder vier Videos danach, machst du ein Video mit. Ich habe mir, oder Elli hat jetzt OnlyFans und ich habe mir ein OnlyFans Account oder ich habe bei Elli den OnlyFans Kanal gesuppt, damit ihr das nicht tun müsst. Ey, straf dich doch mal. Ja, straf dich doch mal. Als hättest du gar nichts gemacht, dann baust du noch irgendwelche OnlyFans Bilder von deiner Ex-Freundin in den jetzigen Videos mit ein oder in den Thumbnails mit ein, um Klicks zu ziehen. Da muss doch irgendwo, muss es doch mal Klick machen, dass das ausreichend ist, damit das Elli wahrscheinlich ziemlich triggert. Und das scheiße ist. Weil sie sich dachte, okay, da kann sie sich jetzt wieder ein bisschen Aufmerksamkeit holen, ein bisschen Geld für ihre Kinder und Sonstiges verdienen. Aber doch nicht auf die Kosten anderer Menschen. So, du weißt, dass ich schlecht dastehe. Und deswegen. Und dann jetzt mir im Nachhinein droht mir ihre Mutter, obwohl ich mich bei ihr entschuldigen wollte. So droht mir ihre Mutter damit, dass sie mich irgendwie rechtlich anzeigen will. Oder dass sie vorbeikommen will in Berlin und mir etwas antun will. Okay, das ist krisch. Alles krisch zu sagen, ich will dir was antun. Aber mit rechtlich anzeigen und so völlig berechtigt, wenn du eine Person öffentlich völlig wegbeleidigst. Oder Dinge vielleicht leakst oder raushaust, die nicht für die Öffentlichkeit gemacht sind. Und ich meine, Siemix kann auch theoretisch Ellie anzeigen für diese Screenshots. Aber wenn du Dinge sagst, die einfach viel zu weit gehen und es wurden Dinge gesagt, die viel zu weit gegangen sind. Ja, dann musst du auch theoretisch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Sie sich doch ins eigene Bein. Liebe Frau Sanchez, ich weiß, Sie sehen dieses Video hier. Tun Sie das Ihren Kindern zuliebe. So, Sie haben mir privat gedroht mit Sachen, die nicht gehen. Und wenn Sie gerichtlich damit vorgehen wollen, dann werden Sie das nicht gewinnen. Und dann müssen Sie auch noch die Anwaltskosten übernehmen. Und deswegen sage ich Ihnen hier, ein gut gemeinter Rat. Liebe Frau Sanchez, ersparen Sie sich die Kopfschmerzen. Alles Quatsch. ... Ihren Kindern, ihrer ganzen Familie. Okay, also er möchte jetzt praktisch eigentlich, das ist nicht so eine Drucksituation. Er hat keinen Bock auf Anwalt. Er hat auch gar keinen Bock auf Gericht oder sonst irgendwas. Sondern er fürchtet halt jetzt Konsequenzen. Und er hat auch keine Ahnung von dem, wer jetzt hier gewinnen könnte. Ja. Also wahrscheinlich, weil jetzt Siemex, wer hier gewinnt in so einer Situation. Wenn Siemex Misser zählt, sie eventuell diffamiert und so weiter. Und sie zeigt das an und das geht vor das Gericht. Dann ist er höchstwahrscheinlich eher der Schuldige. Ja. Und wird dann auch zum Schuldigen gemacht. Was dann bei rumkommt in so einer Sache, wird nicht ganz so viel bei rumkommen. Aber die Anwaltskosten müsste dann höchstwahrscheinlich einen Siemex bezahlen. Es wird vielleicht eine kleine Strafe geben. Aber ich denke wirklich, was das Internetzeug angeht, teilweise sind die Strafen da echt gar nicht so hoch. Also jetzt in der Reichweite, die wir hier haben. Und aus Hass erfolgt nur noch mehr Hass. So. Ich will einfach diesen Krieg nicht mehr. Ich will den geraden Weg gehen. Deswegen lasst mich bitte mit diesen toxischen Menschen in Ruhe. Und falls die irgendwas weiterhin veröffentlichen sollten, merkt euch eine Sache. Hunde, die bellen, beißen nicht. Und ich will einfach nicht, dass noch mehr unschuldige Menschen darunter leiden, die nichts damit zu tun haben. Ich muss jetzt auch meine eigene Familie beschützen. Und deswegen nehme ich alles auf mich. Damit ist das Thema für... Das ist auch wieder so. Deswegen ist es so, als wäre er gar nicht dran schuld, aber er nimmt alles auf sich, weil er ein Ehrenmann ist. Wisst ihr, was ich meine? So nicht dieses ernsthafte, ey, wirklich, es tut mir leid, es war echt scheiße. Und so jetzt habe ich es verstanden. Wobei, das kannst du eh nicht mehr ernst nehmen. Das kannst du halt nicht mal mehr ernst nehmen. Das ist halt das Problem. Mimi Kumi, danke schön für den Sub. Das ist halt das Problem. So mittlerweile kannst du ja gar nichts mehr ernst nehmen. Weil Siemex schon so oft solche Aussagen gebracht hat, dass du ja gar nicht mehr weißt, was ist denn jetzt wirklich Phase bei ihm. Für mich erledigt. Respektiert das bitte, Freunde. Ich werde ab morgen weiter meine Gaming- bzw. Fortnite-Videos machen. Am 4. Dezember ist es endlich soweit. Chapter 4. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Passt auf euch auf, Freunde. Na ja, was soll ich dazu sagen? Äh, Bomben-Video tatsächlich. Alle Exposed einfach in dem Video. Nahezu wirklich alles zunichte gemacht. Einer der, einer der, der YouTube, äh, Sterne. Yo, Simi, wir lieben dich und deine Freundin macht weiter so guten Content. Simi, Kopf hoch. Du kippst alles und wir, die meisten wissen dich krass zu schätzen. Bei mir ist es genauso. Und bleib standhaft und Vertraue auf Allah. Bro, lass alle los, wir alle lieben dich. Okay. Bro, du warst so auf einem guten Weg, dich zu bessern. Und jetzt scheißt du wieder rein durch diese Aktion. Erst denken, dann handeln. Bleib stark, Bro. Bist immer noch der Beste. Wir halten alles zusammen. Wir halten wirklich heute alles zusammen. Bro, bleib stark. Du bist einfach der Beste. Du schaffst das alles, was du achischen willst. Du schaffst das alles, was du achischen willst. Wielst. Sorry. Schafft du es tut mir so leid mit deinem Vater. Sorry, er hätte da wirklich eine ernste Nachricht. Aber es tut mir eher leid für das, was ich gerade gelesen habe. Sorry, das habe ich nicht verstanden. Wünsche dir alles Gute. Digga, du bist voll korrekt. Zieh weiter durch. Bro, ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Du bist der Liebste. Also wirklich, er hat es wirklich auch geschafft. Er hat es halt auch geschafft, dass die Leute jetzt auf Ernst so merken, wie leid es ihm einfach tut. Wie traurig er auch einfach da ist. Also ich sage, ich gebe dem Ganzen eine Woche. Dann macht er den nächsten Schmutz-Content. Sage ich euch ehrlich. In einer Woche gibt es noch ein Video. Da ist seine Freundin wieder irgendwo zu sehen. Oder ich weiß nicht. Irgendein Clickbait wird schon wieder passieren. .